Hi Leute, Tim hier und wie ihr sehen könnt, sind wir bei einer Runde Overwatch dabei. Es ist der neue Modus Aufstand draußen. Und wie ihr seht, ich habe schon zwei Runden gespielt, beziehungsweise ein Kollege von mir hat zwei Stunden gespielt und ich habe mir jetzt gedacht, fängst du auch mal eine Runde an? Denn er hatte das Spiel nicht und ich habe mir gedacht, ja, teilst du mal gerne, auch wenn du der Erste sein wolltest und ich darf endlich den Aufstand spielen. Weil ich werde einfach auf normal eine Gruppe suchen, in der Hoffnung, Reinhard spielen zu können, den es nämlich dabei gibt. Und ja, einfach mal das Beste rauszuholen, was geht. Diese Runde auf normal mache ich natürlich nur, damit ihr auch ein bisschen was von der Story mitbekommt. Denn es kann ja sein, je schwerer das Ganze ist, dass ich das dann auch nicht schaffe. Aber, das wird in den zukünftigen Runden anders sein. Erst einmal auf normal, in der Hoffnung, dass ich es da nicht versaue. Und dann auf den schwereren Schwierigkeitsstufen. Schauen wir mal. So. 20 Jahre, nachdem wir den Krieg gewonnen hatten, waren wir einem gemeinsamen Leben in Frieden kein Stück näher gekommen. Eine neue Heimat für die Omnics in London sollte der erste Schritt zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Menschen und Omnics sein. Aber es war zum Scheitern verurteilt. Die Omnic-Extremistengruppe Null Sector startete einen Überraschungsangriff auf King's Row und übernahm dort die Kontrolle. Hunderte starben. Tausende verloren ihr Zuhause. Nun jagen sie die letzten Überlebenden. Das könnte der Beginn eines neuen Krieges zwischen Menschen und Omnics sein. Wenn wir sie nicht aufhalten, Commander Morrison hat unser Strike-Team damit beauftragt, die Stadt zu befreien. Das ist meine erste Mission und zugleich der einzige Weg, mein Zuhause zu retten. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Verdammt, ich kann nicht Reinhard spielen. Okay, dann werden wir einfach mal eine Runde Mercy spielen. Denn ich muss sagen, Reinhard macht verdammt viel Spaß hier, weil man genau weiß, wie wichtig man für das Team ist. Zumindest das, was ich gesehen habe an Reinhard. Sie alle verfügen um eine mobile Throne, die dazu dient, die Flugabwehr Terminals zu hacken. Also brauchst du nur an die Runde. Ihr Captain Anna, der erste Flugabwehr zum Kampfstum ist gleich um die Ecke. Und Reinhard, stürmen Sie nicht wieder allein. Genial. Boah, ich liebe, dass man endlich wieder ein bisschen was von der Story von Overwatch mitbekommt. Und ich werde es euch jetzt einfach mal genießen lassen. Oh, ich liebe, ich liebe, ein paar Geräte. Ich liebe es. Und ich bin richtig, ich liebe es. Ich liebe es. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.